Ich kann nur Wasser trinken, müsste eigentlich noch mal einkaufen. Ja, dann trink jetzt einen Schluck auf Stefan, so. Und wenn du einkaufen gehen musst, dann mach das lieber. Ich schluck Wasser auf dich, Stefan. Ja, einkaufen, aber... nix aber. Wenn du nichts mehr da hast, dann auf geht's. Diese Person sieht verdächtig aus. Das seh ich mir mal an. Ein Mörder! Ein Mörder läuft frei rum! Noch eine Scherbe. Du bist nicht willkommen. Geh! Geh woanders hin! Hallo, Tulki! Hm, Whisky-Cola. Gönn dir ein Glas. Ja, okay, ich geh gleich. Nur noch ein Bild bearbeiten. Du gehst jetzt einkaufen! Alles fresh, Digga! Ja, Bruder! Ah, verdammt! Oh Gott! Ja, fünf Minuten! Nein, du gehst dir etwas zu essen und zu trinken holen! Bei mir schimpft er auch immer. Sehr stabil. Jetzt nicht gleich, sonst bist du noch mit mehreren Stunden hier. Ja, und dann ist alles zu. Und dann hast du das hinter dir. Ich habe Tee. Sehr gut. Kannst du den Tee über meine Füße kippen? Die sind gerade kalt. Und das, obwohl ich auch noch Latschen anhabe. Ich habe jetzt extra nichts gesagt, dass ich auch noch muss und keinen Bock habe. Und jetzt, zeig, ich bin gleich angezogen. Los, Wadakei! Du gehst jetzt auch dein Essen und Trinken holen. Auf geht's! Ich weiß, wie anstrengend und scheiße einkaufen gehen ist. Aber dann hat man es erledigt. Ich sollte mich mal im zweiten Stock umsehen. Wo ist du? Er schuldet mir Geld. Ja, geht nicht. Ja, du, Wadakei und Chloe. Ihr geht jetzt gemeinsam raus und geht einkaufen. Wäre schon dabei. Sehr gut. Sehr gut. Aber es ist dem Feuerzeug. Oh. Hey, Töschle, Töschle. Halt die Fresse. Die Bibliothek ist gut bewacht. Da muss etwas passiert sein. Ja. Ich bin die schlechteste Assessinale ever. Hier gibt es ekehafte Bratwürste und Brötchens. Aber ist doch lecker. Dein letztes Schloss sein. Das Vergnügen lag ganz bei uns. Hoch. Ich bin gar nicht, wo ich bin. Niemals. Oh, die werfen Sachen auf mich. Das nicht gut. Ich bin hier gerade gefangen. Das ist nicht gut. Cool. Ich habe nichts gesehen. Das Vergnügen lag ganz bei uns. Wenn du ein Mann wirst, würde ich kämpfen. Mist. Wer entkommt uns? Wir hinterher. Wird gemacht. Schieß den Feigling nach unten. Nein, bitte nicht schießen. Das wäre gar nicht gut jetzt. Ach, die Murbel. Kein Risiko. Wenn du ein Mann wärst, würdest du kämpfen. Hör mich nicht. Komm hierher zu. Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Ich habe kein verdammtes Leben mehr. Ist nicht gut. Ich weiß nicht mal, ob ich im richtigen Stockwerk bin. Wenn du weiterläufst, bekommst du Rückenprobleme. Das stimmt. Oh, boy. Oh, boy. Nein, ich will kein Einmachglas. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. So mit Schlager, Schmatz, Spuck, Sabber und so Fleischfressergeräusche. So ein Schleich, dann kommt das gut. Ja, an dem Spiel ist das irgendwie... Ja. Weiß nicht, du wirst so unfassbar schnell einfach entdeckt. Was ist denn scheiße jetzt? Nein, lass das mit deinem Horn hier. Ich weiß, wenn da nie durchkomme. Mich besiegt niemand. Was für ein Plappermaul. So inventarsmäßig bin ich auch ziemlich am Arsch, ne? Jämmerlicher Wurm trifft dein Schicksal. Ja. Ja. Genug Unsinn geredet. Hallo Dave! Machen wir mal das lieber so, hier vielleicht. Eine unvollständige Liste der Bücher, die verbrannt wurden oder verschwunden sind. Darunter ein altes Manuskript in unbekannter Sprache. Und hier ist Zunero. Sehr gut. Bis gleich. Hallo Nebi. Hallo Sanzo. Da ist der ganze Teppich eingesetzt und die ganzen Leichen. Das ist ja nicht mein Problem. Jetzt haben wir aber den Hinweis gefunden, wo ich hin soll. Hallo? Hallo. 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 Was war das denn? Ich wollte rüberspringen und der ist runtergefallen wie so ein nasser Sack. Okay. Aber ich weiß doch. Ich weiß doch nicht. verschaffen wir uns einen überblick sehr verwirrend hallo taxa Ich sehe aber auch keine einzige Tür, wo ich rein kann. Ich sehe die Tür. gerade beim bestellen der pizza ausgefunden es gibt hawaii bürger und hawaii kebab okay danke für den follow harte 23 cm ich habe aber 30 also hast du verloren ja ja was denn wenn man so kommt dann muss ich auch ich habe ein linear gemeint ich stehst du zur pizza war also esse ich auch schon sehr selten aber es sich auch mal also ich bin so in ordnung jetzt dürfte mich hassen aber es ist sehr sehr selten muss ich wirklich richtig bock drauf haben es waren hirnfurst und ich bin happy dass hier teilen zu können als real pizza bei gute alte weit entfernte zeiten erst mal defollow d abo ha sage mal es ist aber nicht nicht nein sitzt nicht ich bin versteckt du siehst du siehst mich nicht da sind wir eindeutig zu viele komme ich jetzt hier durch ich habe auch nicht wirklich was um zu erledigen ich könnte jetzt durch rennen wäre aber auch nicht so toll zwei könnte ich so killen dann bleibt aber noch der dritte das ist doch scheiße das ist doch das ist doch ich bin in der dritte Wer? Ich hoffe nur, dass ich mal den Weg hier finde, das kann nicht wahr sein. Wer? Jetzt komme ich hier nicht raus? Das finde ich jetzt einmal doof. Ich sehe gerade auf meine Twitch-Apps, es gibt jetzt Twitch-Stories? Ernsthaft? Okay. Ja, die übernehmen anscheinend sehr viel aus YouTube und Instagram. Ich meine, die Shorts sind ja auch jetzt... Ja, keine Ahnung. Lass ihn nicht entkommen! Ja, das ist halt, ich weiß nicht, sollen sich lieber mal wieder darum kümmern, dass wir jetzt auch ein bisschen weniger Probleme haben. Ich finde den Buchwart nicht. Die Mission geht mir gerade mega auf die Eier. Das ist hier manchmal so ein elendiges Gesuche. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Ach ja. Ja. Und eine Herausforderung abgeschüttet? Okay. Ich bin gar nicht da. Und könnte sein, dass er sich vielleicht hier oben befindet. Keine Ahnung. Ja. 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 Ah, diese Gegner alle nerven. Ich will doch nur hier rein. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Das war dieses riesige Gebiet hier. Hm? Genau. Diehaar sind auch immer der Geist. Und dann, was er das manchmal überbunden? Ja. 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 Und dann haben wir die da. Ja. 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 ich komme jetzt die da überall nicht rein was ist das es bringt einen diese stories sie können als werbung dienen dass man jetzt zum beispiel live ist aber keine ahnung oder irgendwelche informationen keine ahnung ich meine an sich ist es ja okay aber ich nutze das nicht mehr auf instagram also sehr sehr selten wie komme ich jetzt da rein wow ich verrasche Finden wir die Ratte! Hallo, Flo! Hey! Da war nichts! Da war nichts! Der verreckt! Erstmal so ein bisschen. Jetzt habe ich die alle gekillt, glaube ich. Wie komme ich jetzt da rein? Ist ja halt alles zu hier. Hm. Dieses Rumgesuche ist echt ätzend. Ja. 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 Ich mach gleich irgendeine andere Aufgabe. Ja. 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 ich muss genau darunter und das hier ist alles blockiert spiel richtig da drüber könnte ich vielleicht noch irgendwie eine tür aufmachen wenn er die überhaupt trifft keine ahnung ich bin es hessens creed mitarbeiter obis oft eine güte damit eine beschissene tür auf kriegs ich glaube lieber schlüssel als alles andere und das ist nicht mal die tür wo ich rein muss das macht mich so traurig ich will hier einfach nicht mehr sein ist und die tür wo ich rein muss das geht einfach nicht was soll ich machen wenn ich den buchwart finde ich zünde ihn von oben bis unten an diesen blöden pisser ja ich bin ja da hin und her gerannt aber irgendwie da ist nichts passiert keine ahnung was das spiel hat von mir will ich war ja nicht schon drin aber ich habe alles umgebracht was hier zu bringen ist keine ahnung ich komme nirgendwo anders rein südwestliche teil mich alles abgelaufen irgendwo ist dann ist hier irgendeine versteckte tür die ich nicht sehe oder irgendeinen zettel oder so was in dem spiel suchen und echt ich weiß nicht warum die markierung mich nach oben führt ist ich verstehe es nicht ich habe jetzt keine zeit habe keine zeit dafür untersuchen ich muss die blätter untersuchen der typ ist tot anscheinend weiße markierung zeigt mir ganze zeit nach oben und er liegt an der ecke tot dann machen wir jetzt ein bisschen sauer wie du leuchten ich meine gefälle wir sollen das jetzt ich habe mal mit einer knacken es geht besser da ist der buchwart ach jetzt ist er da ja vorher sagst du kein ton vor allem hier versteckt in der ecke er ist tot aber er konnte mit sagen ich frage mich er hat etwas in der hand stoff vom gewand einer frau wer ist sie seltsame feuer und ein toter ward schrecklich ich muss mich beeilen das war jetzt aber ein krampf hier den typen zu finden in der ecke bin heraus warum der buchwart diesen ort mit seinem blut benannt hat schade kann ich den buchwart nicht mehr anzünden der ist schon tot das ist ja doof kriege ich nicht mal die rache das wie das gefängnis das war das reinste labyrinth kann es ja trotzdem stinkt ja wenigstens nicht irgendwann ja gut hätte ich vielleicht mal versuchen sollen verdammt ich schaue da ist mir auf den fersen ich könnte eine pause gebrauchen aber mir gefällt die idee schön die braune plöre springen ja klar ja spieler musik macht meinen ohren stets freude ich hatte besser die augen offen ok was siehst du in kiddo die wache hat vielleicht den schluss die wache hat vielleicht den schluss hat doch ein herz der mann hat seit tagen nichts ordentliches gegessen wir haben unsere befehle niemand darf zu dem gast hinein mit einem haufen bücher eingesperrt ich würde wahnsinnig werden so wie schnell seht ihr ein das gibt's doch nicht das kannst du auch keiner zählen du schleichst vorbei und wirst trotzdem die ganze zeit gesehen ist das hier attentäter konzentration erweiterung zwei luftangriff verlangsamt die zeit während du in der luft mit wurfmessern zielst ok das ist cool machen wir erstmal das ist das hier in kiddo sinne schaffe stück für stück stück für stück stück für stück für stück für stück für Jetzt muss ich nur wissen, wo der Gefangene ist. Wird wahrscheinlich in einem anderen Gebäude sein, ne? Vielleicht in den da drüben? Das heißt, ich muss jetzt an die auch noch vorbei. Alter, wie schnell die einfach... Ja, hier, ich nagel dich jetzt. So, Happy End. Töte mich nicht, bitte. Gib mir mehr Zeit, ich habe es fast gelöst. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um dich zu töten. Was versuchst du da zu lösen? Das Buch. Ich sagte, ich könnte es nicht. Ich kenne die Sprache nicht. Aber sie ließ mir keine Wahl. Wer? Eine Frau namens Sahra. Eine der Gelehrten hier. Was ist das für ein Buch? Wie heißt es? Ich weiß nur, dass eine Schrift verwendet wurde, die ich noch nie gesehen habe. Und ich kenne Hunderte. So wie Sahra davon spricht, ist es eher ein Artefakt oder Relikt als ein Buch. Ich erzählte Lügen über mein Vorankommen, damit sie mich nicht töten. Ich kann kein Wort lesen oder auch nur sagen, ob es überhaupt eine Sprache ist. Wo finde ich Sahra? Ich weiß es nicht. Sie könnte überall in der Stadt sein. Huch, Männerbrüste. In Ordnung. Bring dich in Sicherheit, ehe die Wachen wiederkommen. Aber jetzt gucke ich wegen jeder hin. Hier muss es etwas geben, das mir weiterhilft. Ich habe es mit jeder Sprache versucht, die ich kenne, mit jedem Übersetzungskniff, von dem ich je hörte. Aber dieses seltsame Buch widersetzt sich allen meinen Versuchen. Was kann ich sonst tun? Das Buch beunruhigt mich. Ich lasse es besser hier. Katze! Ja, komm hier! Ja, süß. Sind das jetzt auch Spaßbommeln? Ja klar, männliche Spaßbommeln. Auch.